Nein, lass mich in die Ruhe! Mann! Hier sind zwei. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video in zwei Parts schneiden soll oder dass es ein Part wird. Ein Part? Meinst du, wer denn zu lang? Wie lang sind wir jetzt schon aufnehmen? Ja, 30 vielleicht. Oder? Ich hab gar keine Ahnung. Wo bist du denn? Hör mal, ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin immer noch bei der Stadt. Okay, da komm ich jetzt mal oben hoch. Obwohl, ob ich das noch packe. 20, 7. Wo sind denn die anderen wieder? Sind die immer noch da unten? Ja, aber jetzt in der Part, also hier gerade die Runde ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Weil ich hier gerade nur am gleichen Ort bin. Aber was soll ich machen? Die kommen von allen Seiten. Ich kann gar nichts machen. Also hier nur rumkacken, kacken. Ja, so läuft's. Nein! Nein! Du! Warum springst du nicht? Ich stehe hier! Ich stehe hier so neben einem Eingang, dann springst du und dann geht er nicht rein. Wo sind die denn? Hauptsache ich fahr noch rum, weiß nicht, jetzt 20, 7. Bis ich oben in der scheiß Stadt bin, ist das Spiel vorbei. Ja, das bockt. Ganz großes Kino. Ja, ja. Das war mal ein super Spiel. Okay, meine KD war gar nicht so schlecht. Ach, ja. Also du kannst dich mal ein bisschen anstrengen das nächste Mal. Du bist so Eisrack. Scheiße, wart hast du 16, 2 oder sowas? Nein, 3 glaube ich. Jetzt war ich noch vor dem Spiel. Ja, kriegst du? Wenn du ein bisschen besser wärst, hast du 16, 2 gehabt. Ja, wie viel hast du? Ich hab's gar nicht gesehen. Ah, ich hatte 11, 1 oder so. Ja, ganz bestimmt. Da bin ich auf 4. 11, 1. Jaja, sag ich auch immer. So, Kurs und Clash. Was ist das? Ja, nehmen wir mit, ne? Küsten... Küstenkrampf. Küsten... Krampf? Küstenkampf, glaube ich heißt es auf Deutsch, ich weiß es nicht. Küstenkampf, vielleicht Krampf, aber fast. Ja, ja, Küstenkampf, aber ich sage immer Küstenkrampf. Ja, ja. Kopfschlag rein. Was legt? Leg. Gandalf? Speedhack. Boah, Alter. Erstmal instant dort. Alter, nein, was mach ich denn? Komm, wir müssen nach unten. Wir müssen die... Hier ist aber einer. Ja, das ist mir doch egal. Wo ist der denn jetzt? Ja, genau. So, oh, warte. Erstmal schon killgekommen. Boah, Sack. Boah, Sack. Ey. Von dem sein 100 hab ich 99 gehabt. Übrigens, ein Sohn rastert 110, aber... Naja, aber... Ja, dann halt 109. Boah. Ich bin wieder ausgerastet. Boah, der Sack. Das fand ich grad so geil. Ja, ja. Herrlich. Wo sind die denn? Ja, überall ein bisschen. Ich bin hier grad oben. Oben. Wo soll ich das... Ich komm mal. Ich komm auch mal. Dann bin ich so schön tot. Hä? Ja, ich auch. Hier werden die Kill-Set angezeigt. Das ist immer sehr dankbar. Komm, ich geb dir, äh... Dings hier. Ist zwar nur sehr kurz. Ja, ist ja egal. Besser als gar nix. Ja. Oh, das war wirklich sehr kurz. Was ist denn? Besser als gar nix. Dann komm wieder zurück. Beschwer dich noch. Da gibt's nämlich nie mehr Lacket. Guck mal, der Hacker hier. Hacker im Haus. Sag ich mal dazu. Boah, ich krieg hier nur die... Ich krieg nur die Kids geklaut. Ich krieg nur die Kids geklaut. Ehrlich. Unglaublich. Ich auch. Nein! Wo sind sie? Einnehmen, einnehmen, einnehmen. Pass auf, pass auf. Da ist noch eine. Ja. Siehste? Genau da. Nein! Hältst den... Verräter. Schau. Heilung, 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 Heilung. Da hinten. Dessen, Dessen schon wieder, ey. Immer dieser Dessen. Muss man jetzt sein. Immer diese Dessen. Immer diese Dessen. Wo? Ja, es ist geklaut. Scheiße, scheiße, scheiße. Lade ich Nachricht ab. Nein! Dann sterbe ich. Dann sterbe ich, weil ich nachladen muss. Ja, das finde ich auch immer so super. Ich bin immer... Bist du schon gespawnt? Ich bin immer noch tot. Nee. Jetzt bin ich gespawnt. Ja. Ah, guck mal gleichzeitig. Ja, guck mal, alle gleichzeitig gespawnt. Was geht denn hier ab. Alter. Erstmal das ganze Spielfeld flachgelegt. Hör mal, die ganzen scheiß Jeeps da oben. Die müssen wir jemand kaputt machen. Ja, schon. Ich kann mal ein bisschen Grand Spam reinwerfen. Ja, ich bin auch schon dran. Da ist der Dessen auch da oben. Pass mal plus auf den. Er hat's schon drauf, der Dessen. Er ist kein schlechter Spieler. Ja, ja. Ich bin unparteiisch. Aber komm, wir müssen jetzt unbedingt mal die Rakete wieder einnehmen, okay? Ich hab mir gerade meinen Kampf mit diesem komischen... ...Typi. Geh doch einfach mal hier hoch. Nö. Ich bin speziell. Och! Du blöde... Scheiße. So. Ähm... Ich bin gerade... Oh Gott, nein. So, Dessen. Komm mal zur Rakete runter. Versuch's. Spring nochmal! Was ist denn hier los? Von hinten durch. Von hinten? Ja, genau. Ja, ich hab... Was? Ich sag nicht übers Feldlaufen. Ich hab ja legit... Ich bin hängen geblieben. Ja, das merke ich. Komm, komm zu mir. Ja, ist okay. Wo bist du denn? Ja, hinten. Alter. Ich bin immer neben dir. Wo bist du denn? Was für die so geil? Die kommen von oben. Die Säcke. Die Kartoffelsäcke. Ja, genau. Ich will schießen, da... Schießt irgendwie nicht. Sag doch, wenn du Heilung brauchst. Boah. Habe sie noch Gehalt gehabt? Ich glaub schon, ne? Mhm. Ja, ja. Da kommen sie von allen Seiten. Und da lieg ich wieder. Und da lieg ich nicht, aber... Äh, ja. Auch jetzt lieg ich. Irgendwie haben wir keine Chance heute, ne? Oh, ein Jeep. Ja, ich glaub, das ist wegen dir. Nee. Ja, doch, kann sein. Geh raus hier. Ja, hallo. Wo bist du? Bist du schon gespawnt? Nein, ich bin gerade noch tot. Jetzt bin ich geborgen. Ja, komm, komm. Ja, okay, ja. Es ist spät. Unten oder oben? Unten oder oben? Äh, unten. Von hinten ist geiler. So. Ey, was? Ey, ich bin schneller. Geh weg. Faster Fures. Was? Faster Fures? Faster Fures. Faster Fures. Faster Fures. So, komm. Achtung, da ist der Tomb Trap. Ja. Ich dachte mal... Der Vollidiot mit uns hier, ey. Ach, da oben. Pass auf. Ist ein Schnupper. Ja! Danke! Peter! Oh, weißt du? Weißt du? Weißt du? Ah, bist du gespawnt? Ja, gut. Äh, ja komm, wir gehen nach oben. Ja. Wir verlegen je gleich. Oh, okay. Gehen wir unten? Dann können wir halt noch kurz die Rakete für zwei Sekunden einnehmen. Oh! Guck mal, der läuft genau in meinen Granaten rein. Das finde ich so nett von dem. Lass er mir Brute schenken. Oh! Oh! Achtung, gefährlich! Er hat sich hier einen Tee geworfen. Achtung! Auf die Seite! Achtung! Guck mal, komm, komm, komm! Komm, komm! Achtung! Gleich ist, gleich ist, gleich ist ganz Areal-Areal-Sperren, weißt du? Achtung! Oh! Oh nein, nein, nein! Nein! Der kommt da noch! Boah! Ja, okay, wir hätten ihn verloren. Ach! So. Ja! So. So, ja, hallo, was los? Dann haben wir mal einen kurzen Aufnahmestopp. Ich muss mal kurz zu meiner Frau, ja? Ja. Aber er macht ja mal den Locken, was ist mal gerade alles. Ja, ja. Dann wollen wir... Machst du Aufnahmestopp oder wollen wir gleich Pub enden? Ja, dann wollen wir mal den Pub enden, ne? So lange genug kommt noch schnell das Scoreboard. Genau. Wir können eh mehrere Pass rausmachen, ne? Ja, dann machen wir eh mehrere raus. Also, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für dieses verrücktes Play von heute. Ja, viele Ausrasser, viele wützige Momente. Muss sein, muss sein. Ja. So, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wir sehen uns dann, ja. Mein letztes Wort geht an den Volver. Ja, vielen Dank. Ja. Sehr verehrt, ne? Fürs Spielen, fürs Zocken und so weiter. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, müssen wir wiederholen, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.